Das Besondere ist, jeden Tag aufs Neue eine Bereicherung für die Kinder zu sein und auch mit den Kindern zu lernen. Also sie lernen sowohl von mir als auch ich von ihnen. Es ist schon am Anfang schön in der Früh. Die Kinder kommen rein, umarmen einen freuen sich, einen zu sehen. Ich arbeite gern bei KIKU, weil ich einfach die Möglichkeit habe, mich frei zu entfalten und für Freiräume habe, für Projekte. Einfach rauszugehen, mit den Kindern was zu unternehmen. Es ist immer Budget da, wo wir für den Kindern was Neues kaufen können, ohne dass jemand über uns drüber steht und sagt, das muss das gemacht werden oder das, sondern wir können einfach Projekte den Kindern anpassen. Kinderzentrum Kunderbund ist ein Träger von Kindertagesstätten in Deutschland und mittlerweile haben wir 76 Einrichtungen. Was ich ganz toll fand in den letzten Jahren war einfach, dass der Träger zusammen mit den Einrichtungen ein neues pädagogisches Konzept entwickelt hat. Bei uns in der Einrichtung ist es zum Beispiel Sprache, Musik und Bewegung. Aber in jeder Einrichtung wird eben geschaut, was sind so die Fähigkeiten der Mitarbeiter und da wird eben zusammen eine Konzeption entwickelt. Was ich sehr gut finde ist, dass hier keine Hierarchie herrscht. Also wir haben hier nicht dieses Erzieher, Kinder, Pflege, Praktikant, sondern wir arbeiten fest als Team zusammen. Jeder ist ein wertvolles Teammitglied. Ich arbeite mittlerweile seit fünf Jahren hier. Hier wird mir auch die Möglichkeit gegeben, jedes Jahr verschiedene Weiterbildungen zu machen. Ich habe auch in den letzten fünf Jahren sehr viele Angebote wahrgenommen. Man sagt immer bei Kinderzentren Kunderbund, dass es die Kiku-Familie gibt und ich bin jetzt auch schon acht Jahre hier bei Kinderzentren und da ist wirklich etwas dran, dass die ganze Atmosphäre von den Kindertagesstätten zum Träger sehr familiär ist und eben die Philosophie der Kiku-Familie auch geliebt wird. Also ich muss sagen, ich bin hier sehr glücklich mit den Kollegen und mit der Zusammenarbeit, weil es einfach Hand in Hand läuft und es täglich Absprachen gibt mit dem Team auch, was auch wichtig ist. Also da bin ich echt früh, ich gehe jeden Tag gerne in die Arbeit und freue mich immer wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.